hallo und herzlich willkommen zu einem neuen orakel auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja heute wird das chemnistik spiel liverpool gegen barcelona orakel ich spiele mit liverpool und der gegner spielt kolle also ich tippe locker für barcelona weil 3 0 im hinspiel ist eigentlich schon fast so gut wie sicher ja ich denke auch das browser gewinnt wo er sagt 11 aber barcelona stark das wird zwar hier julian nicht gefallen der ist ja liverpool fan mal gespannt wie kolli hier spielt ich habe noch nie gegen den alleine gespielt ach scheiße nein das tue ich also messi hat er voll das hinspiel im griff gehabt ich habe zwei tore ja stark jawohl money jetzt wollte ich flanken abstoß jetzt mal typ hol dir den ball aber was hat das denn schon flanken das war ja flanken auch kommen beim gitter mischen das ding hat deswegen ja der ist schwer zu überwinden guter torwart das war das 9 musala liverpool macht ihr druck nein 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 und einzelne für liverpool aber ich glaube nicht dass das im wahren leben so gut manche machen echt so komische dinge manchmal gibt es schon komische sorgen aber das nein so messi blanke nach ist stark nein komm schon dran jawohl jetzt komm komm ja danke uhr kucinio das ding super keep uhr war kein guter kopf ich hoffe das ajax noch ins finale kommen gegen ajax das war ein geist finale jetzt kommen dein spiel gute chance hier durch kucinio wegwahl wie doll ja all die sonne sollen schlecht net missi hot night Ach man Ach komm Ach, das war ja gar nichts hier Ach Mist So, er ist halbzeit vorbei, 1 zu 0 für Liverpool Ich denke mal 2 zu 0 machen, macht Barca Oder vielleicht 2 zu 1 So, dann schauen wir mal hier, was wir machen noch könnten Sturridge, ne, Shaqiri Ich mach mal Shaqiri rein Wen hätte ich dann noch Ich weiß nicht, ob ich Coutinho rausnehmen soll Und Milner hole ich raus 3, 2, 1 und weiter geht's 2 neue Spieler James Milne Scherter, Shaqiri So, lauf, komm Oh, kein Abseits Komm, Messi 2 der Ecke hier für Koller Ja Das war's noch mal komplett Oh, was war das denn? Schlechter Pass So, jetzt Messi Komm, Messi 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 Niemals vorbei Mal nicht Ach Mensch Ach, komm, kann ich nicht sagen Was? Das war ja fast Handspielerisch Du Mann Boah Und weiter geht's Und weiter geht's Nein Ach, komm, jetzt klär doch den Ball Boah, das war ja gar nichts Pfff Pfff Hm Hm Boah Oh, Shakiri Was? Oh 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 So Noch 20 Spielminuten Hm Nein Nein Jetzt aber Messi Er versucht's mit Messi Messi Uh Oh Mann Oh 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 ja ich weiß eigentlich wo dieser das finale stattfindet madrid gab noch die serie auto madrid nach stimmte war ja was nein das war einer zu viel scheiße kann sich mal ein fehlpass bin wir so und sollte ich ja danke achte bele die wurst was wird das hier war der reingegangen ja wir sind dumm gewesen hier vorne wird alles zugestellt er trifft nicht macht er noch das tor oder macht es nicht was für die frage und wir sie macht es noch ok hätte ich jetzt nicht mehr dran gedacht aber ja nicht schlecht nach der war meine abwehr ein bisschen zu weit weg von messi das war noch einmal ja du bist wo ein schuss gibt es noch 1 1 ok wäre realistisch da ja barcelona 30 gewonnen hat zu hause ja ich habe euch hatte ich so lange gefallen und falls ihr mal gegen mich im orakel spielen wollt schreibt sie nur die kommentare und denkt an eure tipps in die kommentare zu schreiben dann sage ich bis zum nächsten orakel und auf wiedersehen